Ich lerne Deutsch. Nummer 4217 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich muss das Paket zurücksenden. Es wurde das falsche Produkt geliefert. Ich muss das Paket zurücksenden. Ich habe dem Kunden ein Haus vermittelt. Das bringt mir eine schöne Provision. Ich habe dem Kunden ein Haus vermittelt. Das bringt mir eine schöne Provision. Es ist effektiver, gemeinsam für die Prüfung zu lernen. Alleine geht es nicht so gut. Wenn du dieses Auto jetzt kaufst, dann gebe ich dir die Winterreifen gratis dazu. Wenn du dieses Auto jetzt kaufst, dann gebe ich dir die Winterreifen gratis dazu. Ich bin ein Fußballfan und gehe zu jedem Spiel meiner Mannschaft. Ich bin ein Fußballfan und gehe zu jedem Spiel meiner Mannschaft. Ich bin ein Fußballfan und gehe zu jedem Spiel meiner Mannschaft. Ina war krank. Ab morgen geht sie wieder in den Kindergarten. Ina war krank. Ab morgen geht sie wieder in den Kindergarten. Die Familie braucht mehr Geld. Wie kann sie es bekommen? Ich finde keinen Parkplatz. Ich bin fremd in dieser Stadt. Wir haben in unserem Unternehmen Biogemüse, das wir in Kisten an den Endverbraucher liefern. Wir haben in unserem Unternehmen Biogemüse, das wir in Kisten an den Endverbraucher liefern. Wenn wir das Mehl sieben, wird es sehr fein und der Kuchen wird viel lockerer. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Verstecke dein kulturelles Erbe nicht, sondern zeige es mit Stolz. Verstecke dein kulturelles Erbe nicht, sondern zeige es mit Stolz. Verstecke dein kulturelles Erbe nicht, sondern zeige es mit Stolz. Eine gute Tagescreme sollte die Haut vor Umwelteinflüssen wie Kälte oder Hitze, UV-Strahlung sowie Staub- und Luftverschmutzung schützen. Eine gute Tagescreme sollte die Haut vor Umwelteinflüssen wie Kälte oder Hitze, UV-Strahlung sowie Luftverschmutzung schützen. Ich muss dir zuerst etwas im zweiten Stock zeigen. Bitte komm zu mir. Ich muss dir zuerst etwas im zweiten Stock zeigen. Bitte komm zu mir. Ich bin stolz auf alles, was ich bisher erreicht habe. Ich bin stolz auf alles, was ich bisher erreicht habe. Bist du mit der Ausstattung deines neuen Autos zufrieden oder fehlt etwas Wichtiges? Gestern habe ich eine interessante Person kennengelernt. Du hast mich zweimal maßlos enttäuscht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Du hast mich zweimal maßlos enttäuscht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das müssen wir öfter tun. Es macht so viel Spaß. Ich habe mein Jura-Examen bestanden. Bald werde ich in diesem Gebäude arbeiten. Ich habe mein Jura-Examen bestanden. Bald werde ich in diesem Gebäude arbeiten. Die Lebensretter üben, damit sie das Gelernte nicht vergessen. Die Lebensretter üben, damit sie das Gelernte nicht vergessen. Das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wasser löst feste Nahrungsbestandteile wie Zucker, Salz und einige Vitamine und Mineralstoffe. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht der richtige Weg. Die Lebensretter üben, wenn es nicht der richtige Weg geht. Das ist nicht der richtige Weg. Untertitelung des ZDF, 2020